Noch nicht viel verraten. Professor Fröhlich, sprechen wir mal kurz über diese Wahlbeeinflussungsgeschichte. Was spricht denn derzeit dafür, dass Russland US-Wahlen beeinflusst hat, es versucht hat oder es wieder versuchen wird? Naja, also ich meine, wir sagen ja immer im Zweifelsfall für den Angeklagten in dem Fall. Selbst wenn wir keine hundertprozentigen Beweise haben oder vielleicht die Amerikaner sich auch damit schwer tun, vor allen Dingen ja die direkte Verbindung, wie es die Demokraten versuchen herzustellen, zwischen Trump eben damals im Wahlkampf und Putin bzw. Russland, auch wenn das vielleicht fehlt, ist eigentlich doch sehr deutlich und klar, natürlich hat Russland sich eingemischt in diese Wahl. Ja, natürlich sind die Demokraten auch spioniert worden und daran gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Trump hält das, ich denke mal, aus guten Gründen natürlich und ganz bewusst eigentlich unter der Decke. Weist zwar immer natürlich darauf hin, dass das zu unterbleiben hat, aber weiß natürlich auch um die Brisanz dieses Themas, weil es immer wieder natürlich auch in Verbindung gebracht wird mit seiner eigenen Rolle und nach wie vor umstrittenen Rolle in diesem Zusammenhang. Insofern, ich würde diesem Thema, es ist ja jetzt hier auch nur wirklich mit einem kurzen Nebensatz erwähnt worden, ich würde das im Moment nicht als das brisanteste Thema im bilateralen Verhältnis ansehen, auch wenn das natürlich die Demokraten gerne so sehen würden. Aber weder Trump sieht es so und auch Putin natürlich kann gar kein Interesse daran haben, dass dies immer wieder thematisiert wird, das ist klar. Wenn wir über Abrüstung sprechen, die USA haben ja im Februar den INF-Vertrag gekündigt. Wie geht es da weiter? Ja, ich denke, das ist eben eines der heiklen und sensiblen Themen. Wenn wir uns eben diesen Auszug angehört haben, in dieser ganz kurzen Begegnung, bilateralen Begegnung, da war es eigentlich schon erstaunlich zu vernehmen, dass beide Themen, also Putin hat ja nur schweigend zugehört und hat also dem zugestimmt, was der Präsident gesagt hat. Aber bis auf das Abrüstungsthema waren die anderen Themen, die Trump angesprochen hat, eigentlich nicht die, die im bilateralen Verhältnis die sozusagen brisanten und relevanten Themen im Moment sind. Der Protektionismus-Handel, den er angesprochen hat, der ist, der bilaterale Handel zwischen den USA und Russland ist nicht allzu gewichtig. Das spielt keine allzu große Rolle. Und die Frage Protektionismus ist kein Thema, das ja in irgendeiner Form mit Putin ansonsten auf der globalen Bühne diskutiert oder thematisiert. Das Einzige, was wirklich brisant ist, ist natürlich einerseits die Frage nach dem INF-Vertrag, der Aufkündigung. Das ist rechtens und es ist etwas, beziehungsweise was heißt rechtens, es ist nicht rechtens, aber es ist legitim und verständlich, denn Russland verstößt gegen diesen und hat augenscheinlich gegen diesen Vertrag verstoßen. Das sehen auch die Europäer so, das sieht die NATO einhellig so und das ist natürlich ein Problem. Und da steht uns auch was ins Haus, eine Neuverhandlung, wie sie Trump ja eben vorschlägt, unter Einbeziehung auch von China und anderen Ländern, die zu einer Bedrohung in der Frage der Proliferation geworden sind. Das wird kommen. Wie realistisch ist das denn? Wie realistisch ist es, einen Abrüstungsvertrag auf China zu erweitern und dadurch die globalen Mächteverhältnisse neu zu ordnen? Er ist unrealistisch zum jetzigen Zeitpunkt. Davon kann man ausgehen. Ich meine, Trump bezweckt natürlich etwas anderes damit. Natürlich ist zunächst einmal der Hauptadressat, auch wenn es legitim ist, China da mittlerweile ins Spiel zu bringen. China hat sehr stark modernisiert und aufgerüstet, auch im Mittelstreckenbereich. Das ist durchaus plausibel. Aber natürlich ist der Hauptadressat zunächst einmal Russland, beziehungsweise Russlands Verletzung des INF-Vertrags. Und die ist seit einigen Jahren offensichtlich. Und das ist natürlich auch bei aller vordergründigen Einbindung sozusagen von China und darauf zu weisen, es gibt auch andere. Wir brauchen einen globalen, einen neuen Vertrag sozusagen, der andere einbindet, egal wie legitim das ist. Der Hauptadressat ist zunächst einmal Russland. Und das sehen erstaunlicherweise auch die Mehrheit der Europäer so. Das sieht die NATO so. Und deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass das umgesetzt wird. Soviel zu G20. Professor Fröhlich, vielen Dank.